hey leute und willkommen zur zweiten folge atlas würde ich mal sagen ich wollte euch nur eine kurze einleitung machen damit jeder der nicht dauerhaft im stream dabei ist trotzdem auf dem neuesten stand bleibt ich hatte ja in folge 1 gesagt dass vermutlich nur die aller aller spannendsten szenen hier auf youtube erscheinen also viel pvp seeschlachten raids und so weiter und so fort ja und wie auch hier gerade im hintergrund quasi sehen könnt das waren jetzt keine besonders der aufwendigen aufnahmen soll ich jetzt mal der ton war relativ passabel deswegen habe ich mir gedacht lege ich das mal zusammengekattet mit den kleinsten highlights für zwei minuten 30 geht das jetzt ungefähr glaube ich euch für die einleitung in den hintergrund nachher kommen noch die wirklich spannenden szenen da sind wir dann unter anderem bei bieten kay und castle engineers unterwegs die ja alle zusammen eine allianz sind und auf einer insel bauen was der ein oder andere vielleicht von euch im stream auch mitbekommen hat und ja unser cluster war halt die tage jetzt allerdings relativ voll was probleme sogar für uns beim einloggen beursachte denn die server sind gehabt kippt bedeutet da sind 50 slots aktuell und ist der server voll dann ist er voll und da können wir nicht mehr in unsere eigene base beziehungsweise auch an unsere eigene insel drauf da einfach auf allen anderen inseln in unserem cluster also ich glaube die vier war das genau einfach zu viel los ist deswegen haben wir uns gedacht jetzt wo wir dann schon mal drauf gejoint waren nehmen uns unsere neue galeone und schippern mal bei uns ein bisschen durch die gegend ja und entfernen vielleicht mal den einen oder anderen vielleicht können wir ihn ja zum umzug bewegen haben allerdings natürlich auch uns die vernünftigen basen vorgenommen und die leute die schon mal ein paar schiffe am start hatten und so weiter also jetzt nicht irgendwelche holz hüten vom strand vertrieben und so weiter und so fort die sind eh meistens nicht so viele gewesen aber wirklich die rausgesucht die vielleicht mal ein paar mehr hatten oder die zumindest nach ein bisschen mehr aussahen und ja ja wie gesagt im verlauf der folge schauen wir auf jeden fall bei bieten kay und kasten vorbei der fight hat auch ordentlich lange gedauert werdet ihr dann auch sehen und ja ich hoffe euch gefällt die folge soweit falls ihr nichts mehr verpassen wollt lasst natürlich gerne ein abo da schaut vielleicht mal auf tütsch vorbei und kleiner geheimtipp das stream ich habe jetzt wieder regelmäßig und mehrfach pro woche oder rein der bremme ich nicht mehr schießen aufwärts die bett 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 das grüne schießen schießen aber nein 30 31 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 33 31 32 32 32 32 32 32 33 34 35 37 37 das ist nicht gut. Das ist nicht damage. Oh, der Damage. Oh, der Damage. Da läuft er. Ja, pff. Pech kommt. Das rappt. Ja, wollen wir das nicht looten? Wir können noch Gas geben. Ich bin schippert ein bisschen, dann geh mal Gas wieder. Ich verstehe halt nicht, wieso wir machen einen Plan. Wir sprechen das alles. Ja, aktuell schießt doch nichts. Ja, dann stehst du denn schon? Er macht doch die Segel hoch. So lange doch keiner schießt. Ja, jetzt schießt wahrscheinlich gleich der linke Mörser irgendwie. Ey, Mann, ich verstehe das jetzt. Jetzt geht's ja um, wir sprechen. Oh, man schießt nicht. Oh, man schießt nicht. Ja, da kommt was zurückgeflogen. Und da hittet auch was. Alles gut. Ja, das hat er schießt. Bots zu oben. Wow. Ich bin gerade getauscht noch. Einer muss direkt reparieren. Also einer ist schon kaputt. Ja, noch was ist nicht gesungen. Also. Zwar eine Brigade oder nicht? Die haben da halt nichts. Können wir nichts machen. Ach, nächst du geh weg da. Ja. Machen bisschen Actions. Ist das ein Jahr gewesen, Leon? Ja, warte. Die Typen kann man direkt reparieren. Gibt's keinen Timer. Ja, aber der, äh, bloßt nichts. Mh. Äh, einer ist über uns. Leider flicken wir uns rum. Ja, Holztüren gehen selber. Aber Steintüren nicht. Ja, der Gegner. Das ist Gegner. Das ist Gegner. Primat in der Karibik. Auf einmal wissen, dass wir hier sind, ne? Überhaupt nicht klar. Ja, naja. Wir haben gerade aufs Cade. Der kommt, der kommt. Der ist oben drauf. Ab und der freut ja. Ja, ja. Der ist hier runter gedroppt. Der steht vor uns. Der steht vor uns. Der steht vor uns über den Shotgun. Die sind fließen. Der schießt nur mit Waffe auf ihn, nicht mit Feuer fallen. Das ist halt echt so auf eigenem Schiff bei einem Gegner. Der nackt ist mit Feuer fallen, Alter. Das ist halt echt so auf eigenem Schiff bei einem Gegner. Unser NPC. Ah! 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 Wer hat denn Feuer fallen geschossen? Der schießt den Feuer fallen hoch, ey. Alter, Öl! Hat er üblich geprennt. Ey, Wasser, Wasserbacke. Ja, Wasserbacke. Hat er unten drin? Ja, wir haben aber was? Hat er das Öl geschmissen und ihr habt jetzt Feuer fallen drauf geschossen, oder was? Ja, ja. Alter, ihr Profis, ey. Wie der zwei. Alter, holy fuck, ey. Ich bin hier ein bisschen am Lagerfeuer. Einen Gegner und wir schießen mit... Ja, egal. Ich dachte, der NX hätte ihn da aus der Luft weggeholt. Ey, was macht ihr denn? Junge, Apfel, willst du mich verarschen? Hol doch Wasser! Der tanzt daneben, Junge. Wo soll ich denn? Wo soll ich denn jetzt hier? Ich dachte, der ist doch schon über den Pferd, Alter. Alter, Junge, ne? Ich hab kein Bucket tatsächlich. Ja, ich glaube, er hat Wasser hergegeben. Ja, aus dem Meer? Ach, Mann, ey. Steh da einfach und tanzt. Ey, ich geh kaputt, Mann. Ey, du bist echt ne Legende. Wir hatten ja wohl mal am Lagerfeuer tanzen, also. Ey, Leute, bis wir das Wasser geholt haben, ist das Ding wahrscheinlich gleich aus. Fascht ja wohl. Ey, wie geht das jetzt mit dem Wasser? Ah, okay, Abs. Einfach draufschmeißen, oder so? Ja, ja. Mit Rechtslicht. Das Steuerrad ist irgendwie ein bisschen gedamaged. Ich reparier das mal. Ja, reparier mal. Ja, mach ich. Sekunde, ja, Sekunde. Ui, was ist denn jetzt der Plan? Ich mach eben nicht, wieviel Gunn umstellen, dann lass es überhaupt so rumschöpern. Was ist denn der Plan? Hat er gerade gesagt? Ja, ich sag mal so. Na, nachs wieviel Gunn umstellen und umschöpern. Da, 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 da. Da, 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 da auf die Galeone zufliegen. Die haben einen Shotgun. Okay. Äh, Bots hier, ne? Alter, irgendeine Schiffe so weg, ne? Oben kommt ein Glider. Ein Glider auf Galeone. Jo, ich drehe um, ich drehe um. Ja, passt schon, Marc. Passt schon. Wir machen das. Ja, naja. Ey, pass auf, da kommt einer. Relativ hoch. Das ist richtig hoch. Ja, 10. 10, 10. Zu mir. Ja, ja. Achtung, er, der kommt bei uns. Ich bin wieder drauf. Ich bin wieder drauf. Ich bin wieder. Ich bin wieder auf die Galeone. Ja, komm, ich sehe den nicht mehr. Ich bin wieder auf die Galeone. Oh, die fuck, was ist das für ein Tower, ey? Okay, der schon hat es dauernd, der schon hat es dauernd. Hinten auf die Galeone springen, vorne wirst du von Shotguns weggetan. Der, jetzt kommt leider verpasst. Was macht der Typ? Ja, break, wahrscheinlich kommt noch grad grad andere. Da mal ein Junge, was hat's denn vor da oben? Holy fuck, Alter, was steht denn hier alles rum? Alter. Digga, was hat Kase denn für einen fetten Turm da gebaut? Was hat der Typ? Ja, ich weiß nicht mal. Ja, schießt einfach nicht mehr da drauf, das ist ein Waste. Den, den hol' ich jetzt vom Himmel. Ja, warte, ich komm auf. Jetzt geht's los, ey, ey. Hey, danke, ey. Ich fühl uns mal richtig frech. Ja, ich hatte den Leck gehabt. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja, ja. Ey, Mann, ich hab's so verhamed. Alle mal Kaste danke sagen für die 100 Feuerpfeile im Schodenadrin. Lol, hier ist einfach noch ne Ziplein, Alter. Diese Bucht ist insane, ey. Das ist richtig geil. Also ich find's auch einfach... Hast du auch das Old Jar? Das sind alles da. Ich hab drei Old Jars theoretisch, aber was soll ich denn jetzt anzünden? Ey, der eine holt so ab von mir, Junge. Hä? Ja, das macht ja kaum einen Schaden daran. Das ist ja das Ding. Also bei uns haben die Feuerdinger kaum Damage gemacht halt. Komm, lass rüber, PvP machen. Bolas, easy. Keine Bolas, da war ich ja nicht. Wir müssen ja auch auf der Galleone bleiben. Ich hab etwa 20 Bolas noch. Also ich würd halt schon ganz gern die Galleone ein bisschen mit benutzen. So, Alter, hier oben drauf kannst du halt auch so supergeile Waste bauen. Ja, wenn die nicht rauskommen mit dem Ding. Ja, also du kommst halt auch nicht rein. So, warum sollten die halt rauskommen? Oh, was? Eine NPC hat mich im Fliegen mit dem Glider mit einer Kanone abgeschossen. Was ist das denn? Hat er nicht gehittet? Ja, und ich bin abgestürzt. Mit der Kanone? Oder mit... Ja, mit der Kanone. Mit... Was? Was ist das denn? Alter. Junge, jetzt bin ich hier mitten im Meer. Ja, ich bin durch der... Nee, alles gut. Ey, da kommt einer geflogen zu euch. Oder bist du das nächste Mal? Ich bin hier irgendwo. Nee, nee, das... Warte, ich sag gleich, wer es ist. Äh... Ach, Mann. Der ist jetzt bei der Galleone. Der ist jetzt ein grüner, ist ein grüner. Wo? Felix, bist du bei Carsten Galleone? Also ich komm auch grad grad wieder so ein bisschen in die Richtung, ne? Okay, ich hab keinen Gleiterbock zum Glück. Und ich... Ich flieg grad wieder Richtung Galleone. Also zu uns. Ja, ja, da hab ich dich gesehen. Ich seh schon... Im... 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 Im Devkit hier, wie da Stingers irgendwie... Wie hießen die? Äh... Ich sag schnell. Mann! Schnell. Er hatte doch so ne Kanonen-Mod mal gemacht. Oh, ja. Badass-Canons. Ja, genau. Das zuckt es halt. Ähm... Wo? Ein Kleider? Von uns? Schließt da gerade ein Mörser auf uns? Was? Wow! Auf die Galleone oder was? Nein, auf unseren Stein. So. Der Mike will abdrehen. Ja, Junge, ich dachte... Hallo? Ey, der eine hatte grad mal einen Schocker auf mich geschossen. Weiß auch nicht, ob das ein NPC war oder ob das ein Spieler war. Also ich hab jetzt wieder... Ey, wenn der jetzt... Ganz oben eiert einer rum, ey. No way! Bam, bam, bam! Ah! Oh mein Gott, der hab ich gehittet. Ah! Kann der mal aufhören damit, jetzt? Lass das! Wär jetzt so vergewaltig da oben, ne? Wo seid denn, ja? Ich war oben auf der Statue da rauf, Mann. Wurde richtig gebumst. Da fliegen meine 5 Euro. Ist das einer von euch, der Richtung Galleone fliegt? Ja, ja, ja. Oh, Mann! Ich wollt' ich grad abschießen. Hast du was zuerst, ein Meggatter? Nein. Da steht aber echt ein Mörser auf den Stein drauf hier, ne? Ja, das sind wir da drauf. Wir haben hier ne Claiming Flex stehen. Und er schießt mit Mörser auf uns. Ich seh aber nur so'n Ding fliegen. Wissen wir, wie viel Schmack der Schmack der Schmack der Stein... Schau mal los bitte. Also da oben auf der Statue... Ja wohl lass mich halt alleine. Auf jeden Fall der mit AIM... Auf der Statue? Ja, ja. Da kommt ein Gleiter. Ich bin's. Da bin ich gerade... Alter Iso, du bist gar nicht... Da bin ich gerade hingeflogen und wurde richtig aus dem Leben genommen. Lea, wie kannst du zwei Fesse aufeinander placen oder hast die auf dem Deck geflogen? Kann es sein, dass da grad noch jemand anderes zu dir hoch ist? Fliegst du da immer noch NRX? Ja, ich probier mal hochzukommen. Okay, dann ist auf jeden Fall einer oben. Ja, das ist... Der ist gerade gelandet. Der ist gerade gelandet. Der sieht mich nicht kommen. Ich bin gleich drauf da. Mit Kleider. Jibbi, bum 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 bum. Ja, ich gleich wieder tot. Komm schon, piek nochmal in meine Richtung, Gitter. Ich bin drauf. Ach, das bist du, Alter. Feuerfeuerte, glaub ich. Feuerfeuerte, Typ. Ja. Hat er dich direkt angezündet? Ne. Ja, ich hab ihn schon wieder gepullert. Ein Dämeschal war das schon wieder. Wir haben was gekullert. Ja, ich hab hier den Stein geclaimt. Wir könnten hier theoretisch jetzt einen Mörser hinbauen. Und könnten auf den Turm schießen vielleicht. Ah, hier ist Bugs. Hier ist Bugs oben. Der Turm... Der Turm kann bis hier hinschießen. Also theoretisch kann man hier... Ja, stimmt. Lassen wir mal eine fette Mörser-Base bauen im PvE. Ja, da musste das Ding jetzt hier aber noch dreieinhalb Stunden verteidigen. Naja, da fahren wir halt mit dem Galion ein bisschen näher hin und dann sollen sie halt rauskommen. Ja, wie gesagt, also... Ne, jetzt schießen die Mörser auf die Galion. Wie weit können Mörser denn schießen? Ewig weit. Ah, wir könnten jetzt einen Ader-Zug von... N-Ex hast du ihn getötet? Nein, ich hab hier oben kämpfe. Das Ding ist, deren Mörser kann er zurückschießen. Also wir müssten halt auf deren Tower drauf, den Mörser in Schach halten und dann gleichzeitig hier... Oh, mit 18 Uhr geht's dann. Oh, ich brenne! Wie das denn? Ich brenne hier an! Komm mal her! Komm mal her, meine Besten! Wie ist das auf der Statue, Mike? Oder was? Direkt von da ganz oben. Hm, ist das gleich so tot. Wenn du wegfliegst, wenn du wegfliegst, NRX, flieg in unsere Richtung. Das, wenn die über die Kante pieken, die ihn geben. Beam ist gebollert. Beam ist tot. Beam ist tot. Beide tot. Bax ist nach oben. Back up. Ich komm gleich, komm gleich. Komm Bax, ich hab Bax gleich. Nice. Hab ich gebollert? Nice. Bax ist auch tot. Sehr gut, N-Ex. Wir können den Loot. Nein. Was hab ich nicht? Bax ist 62, was hast du denn? Nee, so als ich. Sehr gut, N-Ex, sehr gut. Ehre wiederhergestellt. Das ist echt so. Ich versuche auch mal da hochzukommen. Bis nachdem du die ganze Zeit mit Glider immer im Kreis geflohen hast, hast du versucht immer höher zu kommen. Ja, genau. Ey, meint ihr, es ist verboten, wenn ich jetzt in CE Space reinfliege und die Farmtiere töte? Ja, ne? Ja, das ist schon ein Griefing. Nee, lass mal. Das muss man nicht sagen. Lass mal lieber. Wer von euch rennt da auf dem Arm rum? Ich. Okay. Haben wir irgendwo Glider auf dem Schiff? Ja. Ja. Ich hab einen genommen. Ja, ich hab immer kontestet. Ah, da ist jemand. Nein, hier ist jemand irgendwo. Ah, das Anna, ja. Oder... No, no. No, no. No, no. No, no. Bist du Deutsche? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ja, wenn der hier vielleicht langkommt. Der steht hier. Mit Feuerfall. Hi. Ja, du kommst ja rum, oder was? Ja, ja kommst du. Aber der schießt jetzt gleich mit Feuerfall auf mich. Du hast so lang lang, Alter. Du hast so nerven. Wie so'n Idiot, wirklich. Ja, und ich... Hey, das war so drauf. Kräft, ich. Ich glaube, der hat's Recrupping, wo weißt du das? Hier, irgendwer... Bolaht ihn, Bolaht ihn, Bolaht ihn, Bolaht ihn. Ja. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich schieße den Feuerpfeiler auf. In Half-Life. Da kommt noch ein Kleiner. Ey, ich hab so drückt getroffen, Alter. Lass die Binden zerstören hier. Hast du Feuerpfeiler? Auf dem Berg ist jetzt einer. Der eine ist abgehauen. Bist du wieder einer, oder was? Das geht nicht kaputt. Leute, auf dem Berg, von wo wir abgesprungen sind, ist jetzt gerade jemand gelandet und snipet, glaube ich, auf uns. Boah, hast du Polar gebrochen oder der? Ja, ich. Habt ihr gehört? Aufpassen, wenn ihr jetzt auf der Hände geht. Auf dem Berg ist einer, wo wir abgesprungen sind. Da ist, ich seh. Er hat snipet. Er brennt. Er steht nicht klar durch die Hände. Ey, ich, 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 ich rush den. Ja, du verkehrt, ne? Rechts liegt der Flage dieser. Verberg. Ich geb Denkung mit Sniper. Rechts, weiter, rechts. Er brennt, er ist tot. Komm, ich bin gerade am Kragen. Moin, moin. Ey, da will ich rünterspringen. Lass ihn nur unterspringen. Ey, der ist mit dem Wolf da. Oh, weil wir haben das. Der zu spart, jetzt sagt da nichts. Ey, wo sind, ey, der eine mit dem Wolf, den hab ich gesehen, aber hier schießt irgendwo noch ein anderer. Neon, bist du jetzt wieder auf dem Berg da? Ja, ja, das bin ich. Seht ihr hier irgendwo oben auf dem Kopf? Nö, links ist glaub ich nur ne Schlange oder so. Ja, unten ist einer auf jeden Fall mit dem Wolf. Ja, ja, das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so. Okay, lass den Betten kaputt klopfen. Mach das, dann ist er auch raus. Ich schau das ja nicht in dir an. Weil, ich war aber wie... Ich hab mich gekillt oder mich gekillt oder... Ich bin auch oben, Maddy. Hast du ein Ludwerk, Applaus? Klar, ich hab alles wieder... Ich glaub, ich hab alles überreißen. Ihr wirst immer da weggelegt. Oh, echt? Die Ludenschützer wird immer da weggelegt. Die haben komplette blaue Prinz. Okay, ich bin hinter dem Gegner. Sehr ohne, aber ich hab mich mehr prozent der Hell. Ich habe 157, ich habe normaler 151. Man kriegt's doch oben auf das, also im Kopf, oder hast du ein bisschen Schlippermonie? Stell'n mal vor, ganz ehrlich, wenn wir das jetzt hier geclaimed kriegen würden, haben wir dann hier nicht theoretisch Mörser mit Muni? Ja. Und dann könnten wir von hier oben auf deren Schiffe runterschießen. Ey Leute, kann man Wölfe bödern? Nee, das geht nicht. Nein, ich glaube nicht. Contested, hier ist wieder einer.